Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Shellshock live mit Max und Hendrik. Moin! Jawohl! Jawohl! Oh nö, und ich bin doch noch der Erste da. Ja, das wird sehr interessant, aber ich habe Imperator und Ben Crocker gegen Max, der auch im TS war, aber heute nicht im TS ist, ein Zuschauer sozusagen. Henny Benny, Ben Crocker immer noch aus Imperators, beziehungsweise Max's Friendlist. Wohl. Moment. So. Gut verteilt. Oh, oh, oh! Der war nicht schlecht. Er hat gefressen. Okay, der muss eigentlich treffen. Das wäre schon bitter, wenn der nicht trifft. Oh je. Oh, der Train kommt. Kommt doch zurück! Oh, guck mal, meine Kurve im ersten Mal, Alter. Oh, nur einer. Oh, die ist doch Zucker, die Kurve. Oh, ich weiß, was ich gleich schon raushaue. Aber erstmal kriege ich von Max mit Double Damage auf die Fresse und das könnte ganz schön übel enden. Flower Power. Flower Power. Flower Power. Loll. Yo. Flower Power. Flower Power. Ah, verdammt. Was? Was sollen denn die Portale? Aber irgendwen wird die schon treffen, hoffe ich jetzt mal. Oh, wenn ich dazwischen treffe, ne? Und zur Not wird Ilja getroffen. Alter, der muss jetzt treffen, wenn der nicht trifft, dann haule ich. Wenn der nicht trifft, dann... Oh, oh! Portal, yo! Oh! Badam! No! Ah, 35, das hätte besser sein können, diese Sche... Ich hätt's mir sparen sollen für nach den Portalen. Für nach den Portalen, ne? Mach mal langsam aber sicher. Wir müssen uns einen aussuchen. What?! Oh, shit. Der hätte mich... Der hätte mich fast getroffen, ey. Ja, ey, im Bot. Würde ich aber auch sagen, ey. Wie er gegen das Portal hat und mich dann treffen wollte, ey. Ich treff jetzt... Ich kann jetzt keinen treffen gerade. Yo, Lini. Ja, ey, ey, ey... Hehehe. Ui, oi... Yo, Diii. Ok, Kurve ist activated, kann gleich weiter gehen. Oh der Driller? Glück gehabt. Oh oh, ich hab kein Glück. Oh ja, okay. Aber die Kurve wird ja dadurch nicht verändert, oder? Ach, das wird schon reichen. Ben Crocker kommt ja nicht runter. Ah, ich fahr da nicht nach hinten zu euch, ich bleib hier. Ist Team Damage eigentlich an, ja? Ja. Hat Hendrik schon ausgetestet. Okay, dann probier ich. Dann mach ich die Banane. Pack durch die Katze weg. Super Cat. Ja! 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 Scheiße. Das war Vergewaltigung, Alter. Oh, der könnte aber auch sitzen. Oh, was? Nicht schlecht. Ich brauche eine steilere Kurve. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was kommt. Ich auch. Ich hab nur so'n Sprouter. Na Max, das hört sich so einfach an. Ja, aber 2 gegen 1 sollt ihr gehen. Ja, mit den Wachen? Aber wir können uns jetzt eigentlich ruhig unterhalten, weil Hendrik ist da raus, oder? Ne, ich schreib hier, ich führ hier Protokoll und schreib alles in den Team-Chat. Also, ne. All right. Oh, irgends ich. Wie ist denn der da rauf gekommen? Ach nö, Max gibt mir... Back Upgrades. Nein, na doch weg. Oh, Glück gehabt. Die springen ja noch ein paar mal rum. Die kommen nicht mehr hoch zu mir. Also, bei der Map hier solche, solche, die einzusetzen, die bouncen, ist total dumm eigentlich, weil... Die gehen eh ins Loch rein und in den Löchern ist keiner drin. Na komm. Ich mach jetzt Beacon. Das wird natürlich nicht treffen, aber... Dann gibt's halt Bacon. Der war flach. Ach, das ist ja auch das Teil, was hüpft ja, dann wird's noch schwieriger zu... Oh, lecker, Alter! Ich hätte fast diese kleine Lücke da bei Max getroffen. Oh, schade. Aber ich hab sie getroffen, aber ist rausgesprungen. Okay. Aber für die Kurve ist das doch schon mal gut. Außer, ich verliere jetzt meine Kurve. Uh oh, Max. Oh, nein! Nein, 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 nein! Oh, oh, oh! Das hätte sogar noch übeler enden können. Wow! Ganz ehrlich. Geh ich halt unten rum. Weeeeee! Müsste der mit der Kurve so passen. Oh, oh, Max! Max! Nein! Ja, sie ist ja doch getroffen. Ist das der Usinenbomber? Oh! Oh! Da kommt noch einer. Hier, rechts vom Bumper hin. Ah, Max kommt näher. Ach, der ist der Usinenbomber. Ach, der ist der Usinenbomber. Oh! Oh! Neue Waffen werden langsam auch wieder gut. Ne, nicht noch weiter unten rein. Komm, das musst du jetzt treffen. Ich kann das grad voll schlecht einschätzen. Oh, Max! Hast du da Items geused. Ich hab auch noch Supply Drop. Was hast du? Ähm, ja, ein paar Sachen, aber die bringen mir grad nichts, weil die alle scheiße stehen. Ah, hier Ding ist da doch eh ein Shield hier gerade, oder? Ja. Okay, war dumm. Ich hätt sogar getroffen! Oh! Ein bisschen Nubi von mir. Wie lange geht denn dieses Shield? Äh, weiß ich nicht. Kommt drauf an welches Level das ist. Ich hab eins auf Level 1. Ich hab eins. Ich hab noch zwei Tracer. Ich hab noch drei Supply Drops. Oh, oh. Krieg gehabt? Ja. Kann man so sagen. Oh, jetzt kriegt der Mad Birds. Zack! Und ciao! Und ciao! Okay, Ben Crocker auch. Der könnte jetzt da umgehen. Alle auf ihn! 40! Den nächsten! Zack! Ach! Der hat gefressen, alter! Ich werde jetzt snipen da. Reicht dann aber nicht. Ne! Oder? Ich drück ihm jetzt flamevolle Kanne rein und dann ist gut. Oho! Oho! Ja, Tor! Genau in die Mitte. Haha! Wie? Er hat mich da noch... Oh, das wird ganz schön knapp, ey! Aber ich werde ihn jetzt killen mit meiner Flame. Weh! Ich treffe ihn nicht, ne? Wir haben rumflamen hier. Oho! Er war flach! Oho! Oho! Jetzt bin ich doch safedown mit 21 AP. Ja, natürlich. Nee, bin ich nicht! 1 AP! Okay. Was mache ich? Airstrike kann nochmal am besten machen eigentlich, oder? Ich kill mich selbst mit. Warte. Was hat er geschrieben? Will ich doch nicht selber. Doch. Warum? Ich bin selber XP abgezogen, denn. Egal. Zack. So, jetzt wird's interessant. 85 gegen 84. Ooooooh, der hat gesessen. Jetzt kommt's auf die Waffen drauf an. Mal gucken, was Ben draus macht. Ohhhh. 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 Loll. Ohhhh. Mann, das ist... Wird der das denn noch getroffen? Ohhhh. Der hat ein bisschen was. Ohhhh. 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 Fuck, Alter. Ja, das war ein GG. Eine geht noch. Ja. Für diese Folge jedenfalls. Hendrik, so null Punkte. Ja, ich war ja auch schon total früh weg. Komm, direkt weiter. Yo, so will ich das sehen. Und, wen haben wir? Ist das alle gegen alle? Nein. Aber die Teams sind gemixt. Oh ja, warte, ich bin mit Max und Imperator, ne? Ja, okay. Ach, die Scheiße. Oh, ich bin zu doof, ne? Wow, Hendrik, hast du einen Sub-Sniper? Warte. Nö, viel lustiger. Ja, 30 Damage ist okay. Was habe ich denn hier? Och, ja. Warte. Das macht erstmal mehr Damage. Okay. Boah. Die Scheißschlange, Alter. 90 Damage, iiih. Du hast auch 60 gemacht, Imperator. Ja, wieso kann ich ihn nicht? Hallo. Hendrik, ich vermöbel dich. Jeder hat wirklich einen Partner, ne? Ilya gegen Max, ich gegen Hendrik. Und Max gegen Ben. Äh, was machen wir mal, das? Scheiße. Das ist immer so ein Fail-Risiko in dieser Folge. Das ist schon echt groß. So, zum Beispiel. Das hätte viel mehr sein können, als nur 44. Aber ich habe ja nur ein bisschen was, was Schaden macht. Aber das hier könnte ich deinem Nachbarn auch noch machen. Oh, das ist natürlich auch recht gut. Ja, okay. Oh man, ich muss noch ein bisschen überleben. Ah, Mist. Nee, 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 komm nicht zu weit. Nochmal anders überlegt. All right. Oh, nice, Max. Oh, da habe ich mir auch damage gemacht. Schade. Läu. Läu. Nee, da kommt jetzt noch einer. Eigentlich liegt das auch gut da, ne? Ja, doch. Hoffentlich funktioniert das ja. Oh nein. Du triffst die Wand. Komm, komm, komm. Ja. Oh, oh. Ja, super. Jetzt musst du ja nur Granaten und sowas werfen. Ja, und genau das kommt. Wenn ich treffe. Das Schrapnel würde ich erreichen, aber vielleicht mir auch noch Team-Damage machen. Oh, Pinata. Da kommt gleich gute Musik. Lol, der schießt da durch und wastet. Ich habe echt nur mir Schaden. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe echt nur mir Schaden gemacht. Oh mein Gott, ich habe meinen ganzen Vorsprung weggemacht. Ich habe gar nicht drauf geachtet, weil ich auf die Pinata von ihm geachtet habe. Oh mein Gott, war das schlecht. Lol. Lol, wo geht denn der überall? Alter, das ist gerade echt so eine Runde, die ärgert mich richtig. Oh, Max. Das macht gut Schaden. Und oben durch, jawohl. Ich treffe mich natürlich auch schwer. Hast du dir wieder selber Damage gemacht? Ja. Was ist Train? Max? Was? Train, wo muss ich den hinsetzen? Vor ihn am besten der Färfenstück. Auf die Gleise. Das wird jetzt ein richtiger Skill-Shot. Hoffentlich zumindest. Nee, kein Skill-Shot. Das wird hart. Tschu, tschu. Ich habe mir selbst Damage gemacht. Das war selbst schuld. Lol. Yo. Immer noch nicht down. Die macht ja auch nicht genug. Das wird auch knapp. Aber ich treffe den hier. Dann bin ich tot und kann die nicht mehr benutzen. Na komm. Ein bisschen Team-Damage geht das. Oh, Glück gehabt, ey. Lol. Oh, oh. Max kriegt die Frösche ganz schön gut. Aber Ben und Henny sind eigentlich möglich. Ilja wird das wieder gewinnen. Max soll noch Ben machen, bevor er geht. Miau. Ein HP. Ha. Ich weiß nicht, na gut. Mach ich gleich, glaube ich, dann das hier. Vor allem, ich habe mir selbst so viel Schaden gemacht. Das ärgert mich. Ich hätte voll den Vorsprung haben können. Ilja geht jetzt auch auf mich. Nee, geht er gar nicht. Hendrik, wenn du jetzt nicht drauf gehst, ne? Oh, er hat sie gekriegt. Jawohl. Joho. Mist. Okay, zwei gegen eins. Aber Ilja hat natürlich beste Voraussetzungen. Oh, oh. Und schau. Kann mich direkt verabschieden. Nee, noch nicht. Ich erkenne gar nicht, wer da wärs bei euch. Max, Ziel vernünftig, ey. Seine 40 Cent waren das, ne? Ja. Triff, triff, triff! Er hat noch 130. Mhm. Und wir haben zusammen noch 60. Machbar ist es, aber ich bin jetzt down. Nee, noch nicht. Und. Lol. Waterballoon, Max. Soll ich Waterballoon machen? Oder Driller? Max? Was? Waterballoon oder Driller? Äh, Driller macht 70. Okay, komm. Volle Kanne drauf und hoffen, dass er trifft. Der Kasse gerade drauf. 42. Okay, ich werd down sein. Wow! Aber ich hätt jetzt Heavy Backroller, Helicopter Strike. Ja, er hat Earthquake. Oh! Geil, Alter. Das war unerwartet. Ja. Na gut. Dann würde ich mal sagen, was ist das für diese Runde? Bei uns folgt, denke ich, direkt die nächste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum Ende. Tschüss! Tschüss! finally, gorodat, bis zum Ende. Tschüss! 天щё anda. Mitεις besриг! seid fondt? Tschüss!